Weiter geht's und Beeilung ein bisschen. Die Inge ist schon stock sauer. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Ich hatte gewonnen. Einspruch! Mein Kollege hat hier behauptet, Deutschland würde im Südenkrieg völkerrechtswidrig agieren. Ich habe nach langen Mühen einen Zeugen ausfindig gemacht, der diese Behauptung widerlegen wird. Meine Damen und Herren, ich rufe in den Zeugenstand den Sprecher der deutschen Bundesregierung. Ich rufe in den Zeugenstand Steffen Seibert. Einspruch, euer Ehren, das ist doch Satire. Die Verteidigung ruft hier den einzigen Menschen als Zeugen auf, bei dem man mit absoluter Sicherheit vorher schon weiß, dass er eine Sache nicht machen wird, nämlich eine Aussage. Das kann ich so weder bestätigen noch dementieren. Gibt es vielleicht weitere Fragen? Oh ja, die gibt es, Herr Seibert. Sagen Sie, die Bundeswehr befindet sich ja zur Zeit mit 1200 Soldaten bei einem Kampfeinsatz gegen den IS in Syrien, nicht wahr? Nicht in Syrien. Wir fliegen höchstens oben drüber. Mit Tornados. Und Sie lassen da nichts fallen? Wir sagen, wir sagen den anderen höchstens, wo Sie es fallen lassen könnten. Aha, sehe ich das richtig, Herr Seibert? Die Bundeswehr beteiligt sich also gar nicht aktiv an einem Angriff. Das ist korrekt. Wir betanken andere Flugzeuge und geben Informationen weiter. Das ist kein Angriff mehr, sowas wie eine bewaffnete Raststätte. Also nicht Militär, sondern mehr Sanifär. Ja, korrekt. Das ist doch unerheblich. Es ist völlig unerheblich, ob Sie Bomben selbst werfen oder die Bombardierung unterstützen. Entscheidend ist allein, dass Sie ohne jede rechtliche Grundlage agieren. Das ist nicht korrekt. Die Rechtsgrundlage für den Einsatz der Bundeswehr ist Artikel 51 der UN-Charta. Aha, und was steht da genau drin? Hm? Oh, Entschuldigung, normalerweise fragen die Journalisten an der Stelle schon nicht mehr weiter. Ich habe, ganz kurz mal nachgucken, wo das... Ich kann Ihnen genau sagen, was da drin steht. Da steht das Recht auf Selbstverteidigung drin, nicht wahr? Dass Frankreich im Kampf gegen den IS in Anspruch nimmt. Deutschland unterstützt Frankreich. Aber dieses Recht auf Selbstverteidigung, es endet gemäß Artikel 51 UN-Charta, wenn die UN selbst Maßnahmen ergreift. Ich frage Sie, hat sie das? Ja. Der UN-Sicherheitsrat hat zu Syrien die Resolution 2249 erlassen. Aha. Und was steht da drin? Gott, Sie stellen Fragen. Kommen Sie bitte nicht in die Bundespressekonferenz. Da steht wörtlich, die Staaten sollen, ich zitiere, alle Maßnahmen ergreifen, um den IS zu stoppen. Das umfasst nach Meinung der Bundesregierung auch militärische Einsätze. Ist das so? Ich verlese das Beweisstück C. Die UN-Resolution erteilt nicht die rechtliche Erlaubnis, militärisch gegen die IS-Miliz vorzugehen. Das stand sogar in der... Einspruch, das ist bestimmt linke Kampfpresse. FAZ. Ich ziehe meinen Einspruch zurück. Die Resolution bezieht sich auch nicht auf Kapitel 7, Artikel 42 der UN-Charta. Und nur ein solcher Bezug würde eine Gewaltanwendung legitimieren. Oh, UN-Charta, Kapitel 7, oh, wie langweilig. Wie soll das in der Realität funktionieren, Herr Kollege? Ring, ring, oh, Herr Bagdadi, was möchte der IS? Oh, schon wieder ein paar Massenexekutionen in der Wüste. Ja, Moment, da muss ich erst mal in der UN-Charta nachgucken, ob ich mich dagegen wehren darf. Wenn es gegen das Böse geht, Herr Kollege, dann reitet man keine Paragrafen, dann muss man handeln. Auch auf fremdem Hoheitsgebiet? Hätten wir Assad um Erlaubnis fragen müssen. Naja, die US-Regierung hat Assad zumindest vorab über die Bombardements informiert. Ach, Sie haben angerufen, toll. Hallo Assad, grüß dich, ja, pass auf, wir kommen heute Abend vorbei. Ja, nein, du musst nichts besorgen, wir bringen die Bomber mit. Ja, ich schäu mich auch. Also, das ist doch pure Polemik, was der Kollege hier abfeuert. Sehen Sie, Syrien wird ja nicht direkt angegriffen. Die Angriffe der westlichen Allianz finden ja über IS-kontrolliertem Gebiet statt, was nicht mehr zum Hoheitsgebiet von Syrien gehört. Also im Moment verstehe ich das richtig. Erst hat Deutschland Gruppen unterstützt, die Assad das Hoheitsgebiet wegnehmen. Und jetzt sagt man, man dürfe Syrien bombardieren, ohne ihn zu informieren, weil es ja nicht mehr sein Hoheitsgebiet sei. Das ist korrekt. Damit steht fest, Deutschland beteiligt sich an der Zerstörung Syriens und zwar vorsätzlich. Deswegen erweitere ich die Klage hier auf Schadensersatz und zwar auf alle durch die Bundeswehr in Syrien verursachten Schäden. Na, 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 Herr Kollege, also da sollten Sie schon die aktuelle Rechtsprechung auch berücksichtigen. Wenn ich das ganz kurz ausführen dürfte... Na, aber überhaupt nicht, auf keinen Fall. Wir haben keine Zeit. Vielen Dank. Dankeschön.